Kämpferfreaks, heute geht es um die TGB Blade 550. Alles weitere gleich nach dem Intro. Sous-titrage ST' 501 Untertitelung. BR 2018 Camper Freaks, da ist sie, die TGB Blade 550, 44 PS, 500 Kubik, alles weitere blende ich einfach jetzt mal ein, was die ganzen Spezifikationen geht. Vorne nochmal natürlich das Cockpit, das zeige ich euch auch nochmal im Detail, aber ansonsten wird das jetzt hier kein technikklassiges Video, sondern eher so meine Fahnenrücke von den letzten drei, vier Tagen, wo ich die TGB Blade 550 jetzt fahren durfte. Übrigens einen ganz lieben Gruß an Tobi vom Quartz Center Friedbäsch, dass ich die hier fahren durfte, die ich als Leihgabe auch bekommen habe. Ist ein ganz neues Modell. Ich fahre sie sozusagen jetzt auch ein, deswegen bin ich da auch extrem vorsichtig. Aber natürlich, ihr wisst es ja, der Perry ist mit allem Vorsichtigste in seinem Leben. Er will keine Kratzer, kein Dreck und kein gar nichts. Also das ist mein Spleen halt. Und natürlich umso mehr, wenn man sowas mal geliehen bekommt. Also wie gesagt, lieben Gruß an Tobi. Und ja, jetzt zeige ich euch mal das Cockpit vorne. Hier das Cockpit der TGB Blade 550. Also das haben wir hier. E-Starter hier vorne, sieht man ihn. Dann natürlich hier Upland, Fernlicht, Warnblinker, Blinker. Und hier unten haben wir die Hupe. Dann haben wir noch den Override-Modus. Override heißt, also wenn ich den drücke, dann habe ich rückwärts genau die gleiche Geschwindigkeit, als würde ich vorwärts. Also wer es braucht, ich jetzt eh nicht. Dann haben wir hier Out-In für die Seilwinde vorne, die verbaut ist. Das BIS-Display natürlich, TFT-Display. Also richtig cool. Ich mache es mal an. Es kommt noch eine Animation. Ich hoffe, ihr seht die. Genau, da ist sie. Also mit allem, was man so braucht. Tankanzeige, Kilometer natürlich, welchen Gang man eingelegt hat. Zündung an, aus. Ups, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aufpassen, weil, ja, die Batterie, aber da passiert eh nichts. Dann, wenn man ganz rechts dann schaltet, gehen die Lichter an. Also beziehungsweise man hat natürlich ein Tagfahrlicht. Das ist immer, auch in der Position. Aber in der Position zum Beispiel sind ja auch die richtigen Lichter dann an. Und dann kann man die hier damit, wie gesagt, Abblendlicht, Fernlicht, kann man damit steuern. Ja, und hier haben wir Nebelschlussleuchte. Und hier natürlich die entsprechenden Anzeigen, damit man weiß, ob man die Nebelschlussleuchte andert oder nicht. Dann haben wir auch richtig, was ich richtig cool finde, abschließbaren Tankdeckel bei der TGB-Blade. Hier haben wir die Gänge. Low, High, Neutral und Rückwärtsgang. Parkmodus haben wir hier jetzt nicht bei der 550er. Weiter geht's. Hier haben wir die Handbremse. Hier das Daumen. Camper Freaks, hier haben wir eine Aktion für euch mit dem Quotzer in der Friedbash. Also, die RS-Inspektion bei jedem Kauf von der TGB-Blade, egal ob es eine 550er, eine 600er oder eine 1000er ist, ist gratis. Also, die RS-Inspektion im Wert von 200 bis 400 Euro, je nach Modell natürlich, ist gratis. Den Code blende ich euch hier ein. Camper Freaks Quad-Inspektion ist ein bisschen lang, aber das ist der Code. Hier das Daumengas, was richtig super ist. Also, es ist schön weich, es ist nicht zu hart eingestellt. Das heißt also, ja, es ist super und top angenehm zu fahren. Ja, Spiegel kennt man ja, Standard hier die Windabweiser hier für die Bremsen. Kann man auch immer so schön gucken, wenn ihr das seht. Da auch, wie viel Bremsflüssigkeit drin ist, ist ja super wichtig. Dann haben wir hier noch ein abschließbares Radschuhfach auf beiden Seiten. Das Highlight bei dem hier ist jetzt aber, man hat hier auch eine USB-Steckdose, also hier da. Ja, 12 Volt sind das. Kann man sein iPhone darüber laden, wäre man hier cool mit der TGB-Blade. Ich sage jetzt einfach 550, das ist mir jetzt so doof, hier den ganzen Namen immer zu erwähnen. Macht man dann hier wieder zu. Einfach ganz geschmeidig. Ja, und das war's dann. Und wie gesagt, Tankinhalt 14 Liter. Passen hier rein in der TGB-Blade. Ich hatte sie nämlich gestern fast auf 0, deswegen weiß ich das so genau. Und wie gesagt, da ist nochmal das zweite Handschuhfach. Der Sitz hier ist super angenehm zu sitzen. Ja, das war's jetzt erstmal vom Cockpit. Jetzt sehen wir uns mal die TGB-Blade von vorne an. Da haben wir natürlich den schicken Kühlergrill. Also ich finde den, also was die ATVs betrifft, ja, von der Optik her finde ich, ist die TGB-Blade 500... Boah, jetzt hole ich mich schon wieder. Also die 550er, also generell die TGB-Blade, so rum. Eines der schönsten ATVs. Hier vorne haben wir auch die Seilwinde, die verbaut ist, auch bei der 550er natürlich. Wir haben 12 Zoll Alufelgen. Ähm, ich muss jetzt mal genau schauen. Was sind das? AT25 mal 8 Strich 2, also das sind Kender-Reifen. Ähm, wie gesagt, schicke Alufelgen, wie ich finde. Äh, ja, vorne hier natürlich hier, wo man sich nochmal die dritte Bremse hier unten haben wir dann noch. Und dann hier nochmal für den Sozius, hier nochmal diesen, 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 diesen Würfel, sag ich jetzt mal, wo man seine, seine Schuhe, seine Füße drauflegen kann. Ähm, hinten auch die Schmutzfänger, gehen wir jetzt mal nach hinten. Übrigens, ganz, ganz wichtig, ich gehe nochmal nach vorne. So, das sind LED-Scheinwerfer, also richtig schön. Äh, ich mach die mal an. An sind sie jetzt, ihr seht das, also richtig tolle LED-Scheinwerfer. Also, super cool. Also, sieht richtig, richtig gut aus. Wie gesagt, ich habe jetzt komplett die Fernlichter mal an. Ähm, jetzt zeige ich euch schon nochmal das Tagfahrlicht. Tagfahrlicht sieht jetzt so aus. Ihr seht das, also richtig schick, diese LED-Leiste da, die TGB verbaut. Also, richtig, richtig schick. Fällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich zeige euch aber nochmal kurz den Blinker, den, den Spaß tun wir jetzt auch noch. Hier noch, wie versprochen, die Blinker der TGB. Also, richtig schön, richtig schön gemacht. Also, Bombe. Weiter geht's jetzt, äh, nach dem kurzen Intermezzo mit den Lichtern vorne. Äh, ja. Ja, mit der Rückseite der 550er, also super geil. Hier Anhängerkupplung zieht bis zu, oh, ich glaube 900 Kilo. Ich blende euch ein, aber wie viel hier natürlich auch die Steckdose, die man braucht, damit man dann einen Anhänger anschließen kann, der Rücklichter hat. Hier natürlich Sportfederung hinten. Sieht richtig geil aus. Und, äh, ja. Zu meinem Fazit komme ich gleich und erzähle euch mal die Highlights. Also, richtig cool. Ähm, hier würde ich euch auch nochmal die Lichter, im Moment, die schalte ich jetzt mal ein. Nebelschlussleuchte, Doppelauspuff. Also, richtig cool. Und, äh, ja, jetzt zeige ich euch mal die Rücklichter. Die sind nämlich auch aus LED. Hier jetzt die Rücklichter aus LED. Also, LED-Rücklichter so rum. Also, richtig schön. Und, das ist übrigens, ja, hatte ich ja gerade erwähnt, die Nebelschlussleuchte. Und hier die Schmutzfänger, ja, ist jetzt das, was mir jetzt nicht so gut gefällt, muss aber sein vom Gesetzgeber her. Äh, müssen die dran. Ähm, die neueren, was heißt die neueren, das ist ja 2023er Modell. Also, die 600er meine ich jetzt zum Beispiel. Der Elvis, der hat Feste, äh, die fallen mir besser. Die sehen auch besser aus. Aber, das wird TGB bestimmt nächstes Jahr das updaten spätestens. Aber ist auch nicht so schlimm. Also, ist jetzt nicht sowas, was ich jetzt, also, ich hab mich dran gewöhnt, sage ich es auch so. Da ist auch der Motor. Ich hoffe, ihr seht ihn. Ja, da ist der Motor. Ja, und hier nochmal von der anderen Seite. Und ganz wichtig, das ist ja die Special Edition. Äh, 550er. Und, äh, ja, richtig schickes Teil. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Das Fazit zur 550er TGB Blade fällt vorneweg positiv. Sehr, sehr positiv. Ich bin, äh, sehr positiv überrascht. Also, sorry für die viele Positiven. Aber es ist einfach so, ähm, vom, äh, Startplatz weg, als ich sie übernommen hab, kurz in, äh, Friedberg, beim Tobi halt, im Kurzenter Friedberg, ähm, hat sie mich schon begeistert, schon auf den ersten Metern. Also, äh, gibt ordentlich Gas. Ist aber auch wirklich auch für Anfänger, die sich jetzt nicht so trauen, hier mit den, äh, ja, 84 PS Monstern, in Anführungsstrichen. Die TGB Blade 1000er, die kriegen wir ja demnächst. Ähm, dafür wird ja Elvis verkauft. Das könnt ihr in einem vorigen Video ja auch sehen, ähm, das ich abgedreht hab. Ähm, und, äh, ja. Ja, der Elvis, die 600er hat ja 44 PS, die 550er hier hat 40 PS und, äh, ja, man merkt ein wenig, also nur ein ganz klein wenig, dass sie 4 PS weniger hat, als die 600er. Aber ansonsten, äh, ja, verzeiht viele Fahrfehler, ähm, von, 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 von der, von der Haptik her, von der Qualität her bin ich auch überzeugt. Ähm, tolle Verarbeitung. Ähm, auch wenn man jetzt links, rechts, äh, lenkt. Verzeiht sie, Fahrfehler, wenn man zu schnell ist, Daumengas, butterweich, also das ist auch für mich auch eine Touring-Maschine, so 70 bis 80 kmh, auch von der Lautstärke her. Also ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert, das hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir vielleicht erst eine 550er statt, eine 600er. Andererseits, die 600er liegt auch ein bisschen höher, ist ein bisschen brachialer. Ihr wisst ja, Optik, ähm, ist bei mir wichtig. Und, ne, ich hätte mich doch für die 600er entschieden. Und jetzt wird es sogar eine 1000er, also von daher, ihr wisst, ich brauche Bums. Und, äh, ja, die 550er macht einfach nur Spaß. Ähm, hinten der Sozius, zweiter, kann auch ganz angenehm sitzen, genau wie bei der 600er auch. Also ich vergleiche das jetzt immer mit der 600er so ein bisschen. Und, äh, 14 Liter Tankinhalt, das hatte ich schon erwähnt, mache ich jetzt nochmal. Und, ja, macht Spaß. Also ich, ich kann es euch nur empfehlen. Kostet 8700 Euro, das ist jetzt aber die Special Edition. Die hat die Gepäckträger vorn und hinten. Ähm, was ich euch absolut, was ich jetzt aber gemerkt habe die letzten Tage, ähm, das ist aber kein negativer Punkt, sondern einfach mein Empfinden, ein Koffer muss sein, weil ich, äh, renne jetzt hier, hier, mit dem Rucksack. Und, ähm, ja, das ist für einen YouTuber, ist ein bisschen doof, äh, mit dem Rucksack. Oder auch anderes, wenn du dein Helm dabei hast oder so, mal schnell irgendwo reinhüpfen willst. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch die 550er holt, dann holt ihr euch auch gleich, äh, den Koffer. Der kostet nur 200, 300 Euro, also nicht die Welt. Und mit dem Tobi kann man ja sprechen. Und ganz, ganz wichtig, es gibt ja auch mit Kooperationen mit den Camperfreaks, gibt es ja die Erstinspektion auch bei der 550er für Umme. Heißt also umsonst, könnt ihr die dann holen. Ähm, und dann ist auch die Erstinspektion nach 1000 Kilometer, ist hier natürlich fällig. Ähm, kostet euch nix. Ist ein super Service. Vom Quartz Center Friedberg, den ich absolut empfehlen kann. Also absolut tolles Team vor Ort. Und, äh, ja, schlussendlich kann ich nur sagen, für jeden, der sich für dieses Hobby, Hobby in Anführungsstrichen, interessiert und, äh, Spaß an 4x4 Fahrzeugen hat. Natürlich hat es auch ein 4x4, genau das hatte ich vorne auch vergessen, euch zu erwähnen. Das mache ich jetzt mal ganz geschwind. Hier haben wir den Schalter. 4x4. Hinterrad. So, Hinterradantrieb habe ich jetzt auch nochmal abgefrühstückt. Und, äh, ja, wer Bock drauf hat, holt sich den 550 oder 600 oder, wer sich wirklich traut, dann auch gleich 84 PS bei der 1000er. Was ich aber nicht gleich empfehlen würde, aber für die Mutigen da draußen, warum nicht, mit dem Daumengas, ähm, ja. Ja, ist das eigentlich kein Problem, man gewöhnt sich dann einfach ziemlich schnell danach. So, meine Lieben, das war's auch schon. Abonniert bitte den Kanal, lasst mal einen Kommentar unten, ähm, was ihr so vom Video gehalten habt oder wenn ihr Fragen habt, whatever, was auch immer. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Perry von den Camperfreaks. Und, äh, bis zum nächsten Mal.